servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal vor kurzem haben wir uns patch 10.1.7 samt neuer funktionalitäten angesehen und sind dabei auf das system der dream searches gestoßen ein neues open world event bei dem ihr aufgaben erfüllen müsst dafür gibt es dann eine währung die sich dream search chrysalis nennt davon gibt es einen pro woche zu ergattern und den könnt ihr umtauschen in gear welches sich auf bis zu item level 437 aufwerten lässt das schöne oder erst mal schön an der sache war ihr konntet das mit dem char erspielen den ihr wollt beispielsweise jetzt hier mein evoker und dann hätte ich diese dinger einfach per post weiter verschicken können das gute an diesem system wäre gewesen er hätte beispielsweise auf sieben chars diese weekly abschließen können schickt die chrysalis auf einen twink und der kann sich direkt mal sieben items für item level 415 kaufen also es wäre eine super super schnelle methode gewesen um twinks etc nachzuleveln aber blizzard hat jetzt gesagt nö das machen wir nicht und dementsprechend groß ist der frust bei den spielern blizzard hat nämlich einen neuen bild eingespielt für patch 10.1.7 und die änderung ist relativ offensichtlich vorher war dieser dream search chrysalis account gebunden also ihr konntet die dinger nehmen und wirklich auf eurem ganzen account hin und her schicken server übergreifen und so weiter und so fort jetzt steht dran binds when picked up also beim aufheben gebunden und das heißt wenn das ding einmal im besitz eures chars ist könnt ihr es danach nicht mehr ausgeben oder sonst was machen und hier sehen wir dann auch noch mal dream search chrysalis binds to blizzard account da konnte man das ding noch hin und her schicken ist leider finde ich ziemlich schade wenn ich ehrlich bin blizzard hätte ja wirklich die möglichkeit gehabt endlich mal eine änderung reinzubringen die was spieler schon lange fordern in die richtung von am ende eines patches lasst uns doch die freiheiten und jetzt wirkt es halt wieder so ein bisschen ja fun detected ne ne machen wir nicht ich sag mal so dieses gear hätte halt keinem wirklich weh getan in dem ic vanes artikel steht jetzt zwar item 402 auf den ptr bilds die ich gesehen habe war das gear aber item 415 und hätte sich dann bis 435 aufwerten lassen denn sind wir mal ehrlich was wäre dadurch groß verloren gegangen blizzard ist doch glaube ich auch daran interessiert dass die spieler möglichst lange im spiel bleiben und interesse an den inhalten finden wo geht das am besten oder was heißt am besten jeder spieler mag andere sachen aber wo bleiben die meisten spieler dran hängen an endgame inhalten wie weiß ich mythisch plus pvp und dem raid wenn du die möglichkeit gegeben hättest leuten das zeug auf twings schicken zu lassen mich hättest du damit gecatcht dieses warum sollte ich mit irgendeinem dieser chars hier außer vielleicht meinem parlor großartig diese events spielen ich brauche diese chrysalis dinge nicht ich brauche keine 415 items auf fast allen meinen level 70er chars für einige wird es interessant sein darum geht es aber nicht was ich meine ist du hättest noch eine weitere zielgruppe angesprochen wenn du die dinge account weit gemacht hättest nämlich so leute wie mich die die eigentlich nicht brauchen dann hätte ich nämlich mit 6 7 chars dieses zeug gemacht und dann hätte ich mir einen twink hochgelevelt und hätte diese chrysalis dinge auf den twink geschickt und hätte direkt mit dem mit itml 400 irgendwas durchstarten können in mythisch plus und so weiter so hätte ich wirklich tatsächlich zeit in dieses neue gedöns investiert jetzt mit dieser änderung wird es für mich wieder so sein wie bei dem firek event ich mache das einmal damit man falls es dann erfolg gibt dass man den kriegt und danach logge ich mich dafür nie wieder ein weil es einfach uninteressant ist ich verstehe schon dass ich nicht die zielgruppe bin dieser inhalte das ist auch nicht schlimm ich finde es gut dass dieses spiel für alle zielgruppen was bietet aber meiner meinung nach hättest du damit mit drei fliegen mit einer klappe geschlagen und zwar du hättest die zielgruppe angesprochen die du so wolltest nämlich die leute die nicht so gutes gear haben nicht so oft spielen denen du damit mehr gear verhilfst und gleichzeitig die leute die viel spielen einen neuen twink starten wollen und somit noch nutzen haben oder einen anreiz dieses event zu spielen wie gesagt ich finde es schade vielleicht ändern sie ja dann nochmal ihre meinung aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht dran damit sind wir auch schon durch schreibt mir eure meinung zu dem thema gerne in die kommentare lasst auch ein abo auf dem kanal da falls noch nicht geschehen sehr viele leute die zusehen über 50 prozent haben immer noch nicht abonniert und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video küsschen und reingehauen bis zum nächsten video küsschen und reingehauen bis zum nächsten video küsschen und reingehauen bis zum nächsten video küsschen und reingehauen